Mein Name ist Andreas Schneiderlöchner. Ich bin der Präsident des Fischereiverbandes Saar, der in seiner Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts im Saarland für die Abnahme der Fischerprüfung und für die Erteilung des Fischereischeins zuständig ist. Gerne teile ich Ihnen mit, dass der im Saarland gelöste Fischereischein eine bundesweite Gültigkeit besitzt.